Servus die Maul und grüß euch die Buam. Ja, wie man unschwer erkennen kann, befinde ich mich wieder mal an der Donau und möchte wieder ein bisschen diesmal stromabwärts gehen. Schauen wir mal zu dieser Stelle, wo die kleine Furt ist, ob ich da drüber komme. War nicht, schlage ich dort ein kleines Lagerchen auf und was ich schon gefunden habe. Jawohl, schauen wir sich das einmal an, Bärlauch vom feinsten. Na ja, schauen wir mal, gehen wir mal. Ja, wir gehen jetzt einmal auf alle Fälle Richtung Donaubrücke. Ja, wir haben ein schönes Wetter. Nicht zu kalt, nicht zu warm. Richtige zum Spazierengehen. Dahinten sind auch ein paar Schwäne unterwegs. Ja, leider ist da kein drüber gekommen. Aber es ist hier 20, 30 Zentimeter tief. Und selbst da vorne hat es noch gute 20 Zentimeter. Und es ist zu breit für ein Sprüngchen drüber. Ja, jetzt tritt Plan B in Kraft. Ich gehe jetzt zur Brücke retour und versuche dort hinten bei der Brücke über die Furt zu kommen und durch den Wald retour. Ja, irgendwas würde funktionieren. Ja, so wie es ausschaut, ist Plan B quasi auch im und da hat sich, glaube ich, einer einen Schwan schmücken lassen. Jawohl, Bärlauch endlich. Da ist er. Und der Duft in der Nase ist schon wieder mal gewaltig. man hat zwar hier gewaltigen Lärm, ich höre die Straße noch, ich höre drüben die Bauerweiten, aber ich glaube viel besser wird es heute nicht werden und ich werde mir jetzt einen Platz allein verleihen. Jo Freunde, ich habe einmal alles hergerichtet, es gibt heute wieder meine Schafwürste, ja was da dabei ist oder auch die Inhaltsstoffe, das blende ich jetzt in einem Bild ein. Ja diesmal habe ich auch ein Scherzl mit dabei, quasi das Endstück von einem Brot, natürlich ein bisschen Senf und hier habe ich meinen neuen Grillspieß mit Verdrehsicherung. Pippi-Friends, da vorne steht hier meine kleine LF, Holz habe ich hergerichtet, die werden wir jetzt einmal anheizen und dann werden wir mal ein bisschen schauen, dass wir Glut kriegen und dann gibt es die Wurst auf und dann geht es los. Wie gesagt, Holz habe ich beinahnt und die kleine LF dabei und machen wir wieder mit einem... Das muss man so ein bisschen anbrennen. Das muss man so ein bisschen anbrennen. Das muss man so ein bisschen anbrennen. Ja, der neue Spieß mit der Verdrehsicherung, der klappt jetzt super, also zum unteren Rost hin wieder reinstecken. Das passt. Perfekt. Ne, Leute, man schaut sich das an. gigantisch und da geht es jetzt gleich einmal ordentlich los und zur sache ans impf dann habe ich schon ein bisschen bärlauch gepflückt und schauen wir mal ob es knackt knackt ist bärlauch ja fangen wir mal an mit dem malzeit freunde echt herrlich und ein scherzerl dazu bärlauch ja in wien auf einem würstelstand jetzt noch ein 16er blech nehmen da ich ja kein alkohol trink nehmen wir halt an energy sie heißen zwar scharfe aber so extrem scharf sind sie wieder auch nicht ja freunde ich will euch da jetzt keine langen zähne machen und weil es einmal fertig ist und dann melde ich mich wieder ja wie soll es anders sein jetzt kommt natürlich wieder das obligatorische kätchen na 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 nicht ja so wir reichen soda specht na der sitzt gleich neben mir köchelt ja schon fast ja wer keine handschuhe hat weiß ja was man da macht in meiner tipps und tripserie video verlinke ich euch hier oben herrlich ja freunde mein üblicher grüß an meine krankensessel natürlich als erstes brustfreundlich gesund werden und natürlich auch an den rest der belegschaft brustfreunde ja das ist ja eigentlich das erste frühlings kaffee schon fällt mir perfekt ja bärlauch gibt es ja auch schon da werde ich mir dann noch welche pflücken so ja so wie es ausschaut habe ich hier geklickt ich glaube hier komme ich durch trockenen fußes ja jede menge tierspuren ja geschafft zivilisation hat mich wieder leider ja so jetzt holen wir sich noch etwas bärlauch und dann geht es heim ja im bärlauchfeld sind wir jetzt und da sammeln wir jetzt ein bisserl was und nehmen wir es mit nach hause ja so eine Sackerl volle reicht mir denn ich kann mir ja jederzeit frisch knaggeln ja vor einer der zwischenzeit beim auto angekommen das war es einmal wieder bärlauch habe ich genug ja ich sage einmal wieder danke fürs mitlaufen wünsche ich einen schönen tag eine schöne woche und hier war es die Malen und pfiat euch die Buren